Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Dishornet2. Du Heilige, ja, wir sind hier auf der Suche nach weiteren Runen und möglichen Knochenartefakten. Unter uns soll irgendwo eines sein, die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Wow, obendrein gibt es hier haufenweise Kackviecher. Wie hier diese Hühnchen und so weiter. Also ich werde definitiv, ich fürchte, ich werde den Weg des Mordes gehen müssen. Die Hunde sind einfach, die Köder sind einfach unglaublich. Mhm, der Hund ist mir echt nicht ganz geheuer. Ja, gerade. So, die Malvaner wieder auffüllen. Darum ist nämlich eins zum holen. Oh! Ach, jetzt bleibe ich hängen. Oh, jetzt komme ich wieder zurück. Ach, dieser Köder macht mich wahnsinnig. Nein, ich will in den, ich will runter. Äh, in den Keller quasi. Ich habe nur keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ah, ich sehe schon. So, ich will zuerst mal hier rauf. Ähm. Nach Möglichkeit das Hunsviech von oben ermorden. Boden. Halle. Wow, fast einen Blödsinn gemacht. Kriege ich das hier? Jo. Na? Bitte nicht runterfallen. Ah! So, okay. Das ist kein Boden, der kaputt gemacht werden kann, ne? Hm. Kann ich dich nicht irgendwie von der Oberroben ermorden? Hm. Wah, ja, fahr runter, ne? Blödes Hunsviech, echt. Hä? Hätte ich das Viech jetzt irgendwie umbringen können? Also, aha. Grabes Hunschädel, ja, wunderbar. Der Hund steht wieder auf. Das ist ja nicht normal jetzt, oder? Hm, hm. Hm, hm. Aha, da drüben wäre was gewesen. Lol, da unten waren die schon. Ach, wie blöd. Wie doof. Weil ich hier nichts zum Aufschließen habe, deshalb... Was ist das? Erinnerung. Der Schlüssel zum Archiv ist im Büro des Quartiermeisters. Ich könnte kotzen. Hm. Super. Büro des Quartiermeisters. Ähm, warte mal. Karte. Bitte. Wo ist dieser Kack? Da. Quartiermeister. Karte. So. Äh. Ganz oben. Aufzug. Geht ja nur bis sieben. Audiograph. Genau. Wissen. Dingens. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Äh. Ähm, ganz oben, denke ich mal. Wöö. Wackel, wackel. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Kack-Schlüssel ist. Aber den brauchen wir für die Rune. Okay, sie ist dämlich. Häm. Diese Schritte, ne? Unten oder oben? Ich höre nur kurz mal ab, damit ich nachschauen kann. So. Also. Achso, ja. Ja, äh, Missionshinweis. Äh, warte. Im Inventurbüro im... befindet... was? Der Schlüssel zum Archiv befindet sich im Inventurbüro im Keller. Echt jetzt. Inventurbüro im Keller. Leck mich am Arsch. Echt. Archivkeller. Inventurbüro. Okay. Der will... die wollen mich doch verarschen, oder? Inventurbüro. Wo oder was ist jetzt ein Inventurbüro? Selbst wenn ich heute sterbe, bereue ich nichts. Inventurbüro. Im Keller. Das heißt nur die Frage, wo dieses Inventurbüro denn ist. Haben wir hier irgendwas Schlaues und Gescheites? Nicht wirklich, ne? Inventurbüro. Ja. Das hört sich grad ekelhaft an. Liegt er vielleicht eh hier irgendwo auf dem Tisch? Inventurbüro im Keller. Hm, na, da ist nur Wecker. Vielleicht ein Stück rausgehen? Inventurbüro. Vielleicht hier irgendwo. Hm. Jo. Haufen weiße Schmetterlinge. Ein paar Fischeleins. Lol, loli, lol, lol. Hm. 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 Oh, Schreibmaschine. Ah, Schlüssel. Da haben wir ihn. Archivschlüssel. Sehr gut. Uh, Büroschall um Mandelung. Sehr gut. Ein Rezept. Ein Bauplan. Und nochmal das Karlwerkzeug, das wir nicht brauchen. Okay, lol, ich war hier und hatte den Schlüssel nicht gesehen. Nein. Wie scheiße. Alter. Einbruchsauftrag. Klippe außerhalb des Bürofensters benutzen, um über den Zaun zu kommen. Herunterfallen lassen und Keller durch Lieferanteneingang betreten. Die Sonderausstellung ist im ersten Stock. Durch Sicherheitsraum betreten. Rosebow Prototyp nehmen. Nicht vergessen, den Alarm zu deaktivieren. Leicht verdientes Geld. Ich glaube, das ist der Typie, ähm, der Kumpel vom Schwarzmarkttypen, ne? Jo. Da hat er's leider nicht geschafft, ne? So. So. Jawohl. Jetzt ist er offen. Haben wir hier irgendwas außer die Rune? Ich hoffe, es hat uns keiner gehört. Ashworth's Tagebuch verrät mir vielleicht, warum Delilah nicht getötet werden kann. Wenn Delilah nicht getötet wurde, ging ihre Magie verloren und der Zirkel zerbrach. Ich begann ein neues Leben in Karnaka. Dann hörte ich ihr Flüstern aus dem Nichts, das mich zum Herzog führte, der es auch vernahm. Gemeinsam wollten wir Delilah zurückholen und veränderten das Reich von Aramis Stiltons zu Hause aus. Vor drei Jahren. Auf den Inseln spürten alle, die bei ihr und in Brickmore gewesen waren, die Rückkehr der Magie. Neue kamen hinzu. Neue Gesichter, neues Blut. Jetzt ist Delilah unsterblich. Für immer. Ihr gehört Dunwall und wir verderben den Orden des Orakels. Die Aufseher erhalten Rat von ihren prophetischen Schwestern und bald werden wir ihre Träume und Visionen beeinflussen. Aha. Okay. Lieferanteneingang. Jo, den nehmen wir dann später. Zuerst möchte ich noch gerne das Ding da oben haben. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich den Schlüssel herkriegen soll. Hat den vielleicht der Typ getragen? Hätten wir den ausrauben können? Den da? Nö, ne? Nö, ne? Ich habe keine Ahnung, wie wir da reinkommen könnten. Ich möchte es aber gerne. Ich möchte liebend gern da rein. Ehrlich gesagt. Nun habe ich keine Ahnung, wo man den Schlüssel herkriegt. Warte mal. So, wenn wir jetzt zu Megan zurückkehren würden. Mal angenommen. Aktiviere, finde ein aktiviertes Orakulum. Achso, wir haben den Ding noch nicht. Aha. Puh. Okay. Äh, da haben wir noch einiges. Eigentlich vor uns. An Infos vor allem. Ihr Büro. Verdammt mich. In welchem Stockwerk war denn das jetzt? Karte. Äh, in welchem Stockwerk war denn das jetzt bitte? Im ersten. Aha. Okay. Äh. Hier. Das ist der dritte Stock. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Das ist der dritte Stock. Okay, dann müssen wir da rauf. Zum dritten Stock. So, schleich, schleich, schleich. Eins, zwei, drei. Drei. Da oben. Dann müssen wir das noch finden tun. Wir müssen nicht wollen, können, sollen, wie auch immer. Und ich hoffe wirklich, wenn wir das Büro durchsuchen, dass wir dann... Wow. Wow. Komm, dreh dich um. Vermutlich nur Müll, der im Wind raschelt. So. So. Bögen, Bögen. Und gute Nacht. So. Gut. Hier ist eh nichts von wert. No. Passt. So. Büro. Büro. In diesem Stockwerk ist Büro. Vielleicht haben wir Glück und wir finden hier was an. Bintos Passage. Aha. Das ist wieder was von wert. Hui. Dann haben wir hier noch was. Ja. Shira Piratenhöhlen. Aha. Hier geht noch irgendjemand rum, ne? Ich denke, unter uns. Was haben wir da? Ich glaube, das passt, wenn wir da durchgehen, ne? Achso, das war hier. Okay, da waren wir schon eigentlich. Kann man hier die Vitrinen öffnen? Hm. Was haben wir da? Oh. Trivianisches... Trivianisches Erz. Das ist gut, das eine will ich nicht mitnehmen, dass wir zu viel Krach machen. Da haben wir was zum Blündern. Blutfliegenalchemie. Was? Jetzt ist sie doch tot? Och, nö. Scheiße. Ich wollte das Okul-Dingsbums da noch aktivieren. Porträt von Chessimil. Was würdet ihr mir raten, du und Vater, wenn ihr hier fährt? Manchmal träume ich, dass wir alle zusammen sind. Och, mo. Tjo. Ähm. Tjo. Scheiße. Wir haben sie umgebracht. Vielleicht können wir das trotzdem noch machen. Äh. Nutze Klippen außerhalb des Bürofensters, um über den Zaun zu kommen. Ach so. In den Raum mit der Sonderausstellung. Ach so. Okay. Das wären wir da unten, ne? So, Rune zuerst. Oder Infos holen. Haben wir eigentlich genug Infos? Haben wir schon alles? Ich weiß es nicht einmal. Durchsuche Brüner Aschworths Büro. Nein, das würden wir noch machen. Äh. Mit Megan Fostesch für später. Verdirbt. Jo. Dann müssen wir nochmal runter. Wow. Nicht laufen. Wir müssen nochmal runter. Es tut mir sehr leid. Ähm. Wir waren schon richtig. Im Keller geht's also weiter. Mhm. Im Kellerchen. Also nochmal ganz runter. Verflixt. Und von dort aus, wo die Sonderausstellung ist, da soll's gehen. Okay. Dann schauen wir mal. Wah. Ist das ein blödes Hin und Her. Ärgert mich selber grad. Sonderausstellung. Ist das die Schildkröte gemeint? Oder? Deaktiviere den Alarm dort, wo die Sonderausstellung ist. Boah. Boah. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Hey. Das ist jetzt aber nicht fair. Wo kommt das Sauviech jetzt her? Ma, ey. Äh. Ich krieg nochmal nen Anfall. Echt? So, wo bin ich jetzt? Das hatten wir. Okay. Ich bin grad orientierungslos. Ich muss wieder zurück. Boah, das ist so kacke. So. Getrunken. Also nochmal nen Keller runter. Ach, Gottchen. Jetzt ist das Hundsviech da unten, oder was? Na, es ist echt lästig. Das ist es ist ein Freund. Oh, das ist toll. Oh, das ist ja. Tü, das ist ja. Oh, das ist ja. So, gucken wir mal. Wo soll das sein? So. Der Eingang. Da drüben. Aha, der ist kontrollierend gegangen. Das müsste ich... Hier oben. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Echt, wahr? Nö, das stimmt ja nicht. Da hätte ich mich nur durchschleichen können. Boah, die Sonderausstellung ist. Das ist auch eine Sonderausstellung. Da müssen wir hin. Dort, wo die Sonderausstellung ist. Sind die hier? Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Da oben ist auch was. Achso, das war der. Haben die vielleicht von hier aus gemeint? Das kann... Nein, wir sind wieder verdrückt. Nee. Hier vielleicht? Ach, Mensch. Ach, Mensch. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich suchen gehen. Vielleicht muss ich auch zuerst den Lieferanteneingang finden, damit das klappt. Hm. Dann gehe ich lieber wieder runter. Ich habe keine Ahnung. Ich muss den jetzt suchen gehen. Aber ich denke mal, es ist vielleicht eventuell... Aha. Der Lieferanteneingang gemeint. Der Lieferanteneingang gemeint. Wieso hat sie mir das nicht gewürgt? Aber wieso hat es nicht geklappt, bitte? Ja, von da sind wir rein. Megan Forster. Ja, gut. Das ist echt komisch. Verwirrend, komisch, keine Ahnung. Sonder Ausstellung. Aha, da oben ist auch was. Aha, das ist gar nichts. Oh je. Oh je, oh je. Oh je. Ah, hier. Ach so. Aha. Toll, da kommt man hier hin. Dann kommt's da hin. Und wie kommt man hier rauf? Das sagt einem irgendwie keiner. Hm. Ich muss das suchen gehen. Ich, äh, ich bin wahrscheinlich schon 20 Mal vorbeigelaufen. Das wird so sein. Auf jeden Fall, ich werde ihn schon anfinden. Und dann werden wir den nächsten Part starten. Wie gesagt, sobald ich das eben gefunden habe. Das kann ja nicht sein. Das muss ja hier irgendwo sein. Hm. Na. Mysteriös auf jeden Fall. Mit den Fenstern da kann ich nichts anfangen, ne? Nö. Na gut. Ähm. Hm. Jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Ich suche noch schnell weiter. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde es an. Ist das ein Bild? Die Schweine. Ach, jetzt komm. Schau. Bild. Ihr Herz. Ich badete im Gift. Haben wir noch schön was angefunden. Sauber. Nachbarn-Düsien. Das kennen wir schon. Da ist noch mehr Geld. Schweinerei. Aber trotzdem, weiter ist mehr ist da nicht. So. Ich dachte schon, vielleicht ist es irgendwo ein Luftschacht oder so, ne? Der uns hier weiterhelfen könnte. Das hört sich ekelhaft an. Hm? Ekelieke. Da oben ist ja auch nix, ne? Ich meine so, es ist doch eine Sonderausstellung, oder? So eine Schildkröte. Eigentlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr habt es überstanden. Ja, ihr habt es überstanden. Der Part ist zu Ende. Und ich werde mich hier ein bisschen durchlubschen. Und hoffen, dass ich, äh, ja, das Geheimnis lüften kann. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.